Halihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Video. Heute mal wieder Juul Performance und zwar mit dem High-End Gaming PC RTX 4070 TiS, also Ti Super, R7, 32GB, 2TB, L1129741, meine Güte, für 2948 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen, dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP-CDK-Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter, in meinem Fall hab ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows-Taskplan nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Das System wurde mir vorgeschlagen im Video-Vorschläge-Kanal auf unserem Discord und zwar von Markus und den schauen wir uns jetzt mal an. Kurz vorweg, falls sich jemand wundert, warum ich so ein bisschen heiser bin, ich war bis gestern noch auf dem Wacken Open Air, deswegen seht es mir ein bisschen nach, wenn das heute nicht ganz so klar rüberkommt. Starten wir wie immer erst mit dem Bild, das ist jetzt nicht komplett Fake, das passt schon einigermaßen so. Man sieht auch, es ist ein Mikro-ATX-Board bei 3000€, schon mal klasse, aber das Board stimmt nicht. Deswegen, da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen, ganz grob kommt es hin, auch mit dem RAM. Starten wir direkt mal mit der Grafikkarte, das ist eine GeForce RTX 4070 TIS, also TI Super, welche es genau wird, wissen wir leider nicht. Deswegen nehme ich wie immer die günstigste, ist in dem Fall die von Gigabyte, die Windforce OC. Dieses OC da drin sind eh nur 2-3% Unterschied, das macht den Braten jetzt auch nicht fett, wenn überhaupt. Es gibt auch andere Karten, die haben da wieder ein besseres Kühldesign oder ein schwächeres, wie auch immer. Aber grundsätzlich, wir nehmen immer die günstigste. Ist eine gute Grafikkarte für Full HD, WQHD, ist klar, 4K, kommt auf die Spiele an, wie immer. Guckt euch einfach den FPS Test an. Also in 4K, so E-Sports Titel ganz easy, klar AAA Titel, kommt immer so drauf an. Benutzt ihr Raytracing gerne, nehmt ne stärkere Grafikkarte, lasst die Raytracing eh weg und benutzt die LSS, dann könnt ihr die auch nehmen für 4K. Und die kostet 793,91€ bei Notebooks billiger über Ebay. Die CPU-Kühlung ist in dem Fall ne Wasserkühlung, ne H100X Elite RGB von Corsair. Das ist halt ne 240er Wasserkühlung mit ein bisschen RGB-Beleuchtung auf dem Pumpenkopf und auch auf den Lüftern, ich hatte sie selber noch nicht im Test, aber ich kenn die, ist von Corsair sehr beliebt, ich find Corsair immer ein bisschen teuer, da gibt es günstigere Alternativen, gerade in der 240er Variante, aber für den Prozessor, der hier verbaut ist, reicht die. Und die kostet 107,90€ bei Keybuild.de. Die Festplatte ist in dem Fall ne Samsung 990 EVO 2000 Gigabyte M.2, die hat ne Lesegeschwindigkeit von 5000 MB die Sekunde und ne Schreibgeschwindigkeit von 4200 MB die Sekunde mit TLC-Speichern. Also erstmal ist es gut, sie haben 2TB genommen, nicht irgendwie 1TB reingeworfen, bei 3000 Euro müsst ihr selber wissen, ob es euch reicht, ihr könnt aber hinterher noch ein bisschen erweitern, klare Sache, aber immerhin 2TB. Die Geschwindigkeit ist auch völlig in Ordnung, es gibt schnellere, klar, am Markt, aber man erwartet es irgendwo bei 3000 Euro, es hätte auch noch reingepasst, man hätte eine mit 7000 MB lesen, schreiben, nehmen können, aber es lohnt sich für nen Gamer sowieso nicht. Da wäre mir mehr Speicher tatsächlich noch lieber gewesen. Und die kostet 136,30€ bei MineFactory. Das Gehäuse ist ein Fractal Design North, das ist das mit dieser Holzfront, finden viele schick, ich persönlich auch, kann man sich auch super ins Wohnzimmer stellen, gibt's auch in Weiß mit Holzoptik und so, wer da Bock drauf hat, ist schon ganz schick das Gehäuse. Das bringt auch schon 240mm Lüfter in der Front mit, das war's dann aber auch, dieser Hecklüfter, den ihr da eben gesehen habt, der ist nicht mit dabei, die beiden, die oben zu sehen waren, könnte ich mir vorstellen, dass es die Wasserkühlung dann war. Aber falls ihr unbedingt noch den einen Lüfter hinten haben wollt, ja, dann müsst ihr euch den halt so einbauen, weil bei JOO Performance kann man jetzt nicht so viel nachkonfigurieren. Aber technisch gesehen ist das schon mal völlig okay, ihr habt auch Airflow da drin, das passt. Und das kostet 124,51€ bei csvdirekt.de. Hier steht noch die maximale Leistungsaufnahme von 700 Watt, Garantiedauer 3 Jahre, das ist schon mal ganz gut, ist nicht selbstverständlich, viele machen nur 2 Jahre, allerdings nur Bring In. Also ist jetzt nicht irgendwie so nach dem Motto Pickup und Return oder so, sondern ihr müsst das System so irgendwie da hinkriegen. Ob das jetzt mit der Post funktioniert oder ihr persönlich vorbeifahren müsst, weiß ich nicht genau, ich schätze mal, ihr schickt es einfach los, aber sehr wahrscheinlich auch auf eigene Kosten. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 7800X3D. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, 120 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS und ich sage es immer wieder dabei, locker mit 6000 laufen lassen. Funktioniert anwandfrei, wenn ihr nur 2 Riegel habt. Und dieser Prozessor ist dann jetzt, meiner Meinung nach und auch die Meinung von vielen Testberichten, immer noch der effizienteste und am besten geeignetste für das Gaming. Klar, es gibt noch den 7950X3D und diese ganzen Geschichten, aber wenn ihr wirklich Effizienz wollt und auch ordentlich Leistung in Spielen, nehmt den 7800X3D, das passt. Und der kostet 355 Euro beim Mindfactory. Das Mainboard ist ein Asus Prime B650MA WiFi 2. Und da hört es dann auch schon wieder auf. Es hat relativ gut angefangen, aber da hört es schon wieder auf. Guckt euch nun mal gerade das Design hier an und schaut euch mal das Board an, was hier drin sein soll. Also das scheint irgendein Gigabyte zu sein, also das Bild, das passt dann schon mal nicht. Es sieht sogar noch magerer aus. Immerhin haben wir gekühlte Spannungswandler hier auf der Seite, hier oben leider nicht. 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier kommt die Grafikkarte rein, hier unten könnt ihr noch eine weitere SSD verbauen, das meinte ich eben von wegen hier erweitern, falls ihr noch mehr Speicher braucht. Und dann habt ihr noch zwei Erweiterungsslots, wobei ich darauf tippen würde, dass ihr den hier nicht mehr benutzen könnt, weil der Kühler der Grafikkarte ist überdeckt, aber den hier unten immerhin für irgendwie eine Capture-Karte oder so. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Online-In-Anschluss, WLAN-Bluetooth-Antennen-Anschluss, Netzwerk-Anschluss, 4x USB 2.0, 2x USB 3.1, 2x USB 3.0, PS2-Anschluss werdet ihr sehr wahrscheinlich nicht benutzen und die Onboard-Grafik werdet ihr sehr wahrscheinlich auch nicht benutzen, sondern halt eben die Anschlüsse der Grafikkarte. Man sieht es auch hier noch ganz schön, HDMI, Displayport und VGA, das ist ein Bürobord. Das hat einfach in einer Gaming-Kiste nichts zu suchen, auch wenn es funktioniert mit diesem Prozessor, brauchen wir nicht drüber reden, das klappt schon, auch mit B650, alles cool, aber das gehört nicht in eine 3.000-Euro-Kiste. Es ist ja die eine Sache, ob ein PC zu teuer ist oder schlecht konfiguriert und auf den, das werdet ihr gleich sehen, trifft halt wieder beides zu. Das ist nicht das erste Mal, dass wir Juul-Performance dabei haben. Und das Board kostet 169,56 Euro bei JTC Computer Store bei Amazon. Der Arbeitsspeicher ist Corsair Vengeance RGB DDR5 6000 MTS 32 GB, 4 Speicherbänke, davon 2 belegt, also 2 Riegel. Wir wissen leider nicht, welche Timings es werden. Deswegen nehmen wir jetzt halt den 6000er allerdings als CL40 Variante, weil der könnte reinwandern. Selbst wenn ihr den PC dann kriegt und ihr guckt dann rein, er erwartet CL30 und CL40 drin, könnt ihr den nicht ans Bein pissen, weil die haben es einfach nicht dabei geschrieben, ihr könnt ja irgendwas kriegen. 32 GB und 6000 MTS ist trotzdem ganz nett, ist mehr als das, was AMD quasi vorgibt mit den 5200 und 32 GB passen auch in diesen Preisbereich rein, also die meisten Gamer brauchen einfach nicht mehr. Wenn ihr jetzt anfangt mit Photoshop und Videoschnitt und diese ganzen Geschichten, ja, da sind 64 GB ganz geil oder auch 48, gibt es ja auch, 32 reicht aber. Immerhin haben wir hier diese RGB-Beleuchtung, die sie auf dem Bild auch versprechen. Und der kostet 138,54 Euro bei Galaxus. Das Netzteil ist ein Seasonic G12 GC 750 Watt 80 plus Gold zertifiziert. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist, wie der Name eben gesagt hat, 80 plus Gold zertifiziert und hat festes Kabelmanagement. 750 Watt reicht erstmal aus. Qualitativ, das ist ein B-Tier-Netzteil, was auch noch irgendwo okay ist, aber es ist halt die günstige Serie von Seasonic. Das mit dem Kabelmanagement kann euch irgendwo auch egal sein, das kommt ja fertig gebaut zu euch nach Hause, aber dann liegen halt die Kabel, die nicht verwendet werden, irgendwo im Gehäuse rum. Außerdem haben wir hier auch noch nicht den neuen Stecker für die neuen Grafikkarten von NVIDIA, diesen 12-Volt-High-Power-Anschluss. Das bedeutet auch wiederum für euch, dass ihr so ein Adapterkabel da hängen habt zur Grafikkarte. Wer ein bisschen was fürs Auge haben will, nimmt ein ATX 3.0 Netzteil. Also das hätte auch besser gekonnt. Und auch ja, da wäre preislich Luft gewesen. Und das kostet 73,54 Euro bei Mindfactory. Betriebssystem ist Windows 11 Home. Joa, aktuellstes Betriebssystem in der Home-Variante, passt so. Und das kostet 36,90 Euro bei IT-Hardpods. Scheinbar haben sie ja auch noch irgendwie die Lautstärke gemessen. Game Load 35 Dezibel, Idle 31 Dezibel, Geräuschpegel 3. Ich meine, wenn sie es nichtmals mehr schaffen, von dem Original-PC ein Bild hochzuladen, dann glaube ich auch nicht, dass sie die Kiste gebaut und gemessen haben. Aber muss jeder selber wissen, ich will das jetzt gar nicht bezweifeln. Nur so als Denkanstoß. Und da wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den Rahmen, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.944,15 Euro. Und das System kostet 2.948 Euro. Das sind einfach über 1.000 Euro Unterschied gegenüber Selbstbau. Klare Sache. Ihr müsst aber auch damit rechnen, bei Geizhals, das sind Endkundenpreise. Die kaufen ja noch ein bisschen günstiger ein. Wenn sie jetzt da so 100 Gehäuse oder so runternehmen, dann ist das nicht der Geizhalspreis, sondern eben drunter. Das hebt auch diese ganze Nummer auf, wenn ihr jetzt sagt, aber du musst doch noch Versandkosten berechnen bei Geizhals. Ja, das könnt ihr aber dann so wieder gegenrechnen. Kann jeder so machen, wie er will. Bei Mindfactory zwischen 0 und 6 Uhr Versandkosten frei ab 150 Euro. Dann bestellt ihr da, habt ihr überhaupt keine Versandkosten. Deswegen, also, das sind einfach 1.000 Euro. Und ich habe natürlich eine Alternative, aber ich habe es diesmal nicht so gemacht, dass ich sage, hey, 3.000 Euro Alternative, sondern einfach mal für den Geizhalspreis. Ich habe mir den gestern rausgesucht. Ich habe einfach geguckt, das ist gerade irgend so ein Aktions-PC, aber ist ja egal, der Preis steht ja da so. Der kostet in dem Fall 2K. Ihr bekommt den gleichen Prozessor. Ihr bekommt allerdings nur einen Luftkühler mit ARGB-Beleuchtung. Das ist aber nicht so schlimm, weil der schafft den Prozessor halt auch. Also technisch gesehen bleibt es gleich. Wenn ihr eine Wasserkühlung wollt, konfiguriert es euch um. Ihr werdet den Preispunkt gleich sehen. Wir bekommen Full-ATX-Board. Ist auch kein super geiles Board. Bringt aber auch Bluetooth, WLAN, den ganzen Quatsch mit und ihr habt mehr Erweiterungsmöglichkeiten. Wir bekommen eine festgeschriebene Grafikkarte, eine 4080 Super. Also keine 4070 Ti Super, sondern eine 4080 Super. Ist nochmal zwei Stufen höher, wenn man so möchte. Wir bekommen auch 32 GB, 6000er. Der ist allerdings CL36, also ein bisschen besser. Für 10 Euro könnt ihr glaube ich auf CL30 umrüsten, macht das eben noch. Leider nur der 1 TB Kingston NV2. Das würde ich genauso bemängeln, wenn das Video jetzt über diesen PC speziell gehen würde. Deswegen packt euch da auch was anderes rein. Also mindestens 2 TB würde ich jetzt sagen, weil die Games werden immer größer. Wir bekommen 850 Watt Netzteil. Klar, die Grafikkarte ist auch fetter. Mit dem neuen Stecker. Ja, ATX 3.0, dementsprechend 12 Volt High Power Anschluss mit dabei. Und das AX 700 ARGB Gehäuse. Könnt ihr ja auch theoretisch wechseln, aber ich mag das Gehäuse. Ich habe darüber auch ein Review auf meinem Kanal. Guckt es euch gerne mal an. Betriebssystem ist auch nicht mit dabei. Selbst wenn ihr das Betriebssystem reinmodelt, seid ihr immer noch günstiger. Also als der andere PC. Und ihr habt schon eine bessere Grafikkarte. Schauen wir uns da mal die Liste an. Hier habe ich die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Da landet ihr bei 1949. Und das System kostet halt 2.000 Euro. Also seid ihr bei 50 Euro Unterschied. Klar, das ist gerade irgendeine Werbekampagne mit Palit sehr wahrscheinlich und Dubaro. Weiß ich nicht, kein Plan. Aber ihr bekommt quasi für 1.000 Euro weniger schon eine bessere Grafikkarte und ein besseres Board. Und selbst wenn ihr diesen ganzen Quatsch jetzt noch reinfummelt, also besseren RAM, halt die CL30-Geschichte und 2TB SSD. Das Board ist ja auch schon besser. Dann seid ihr vielleicht bei, weiß ich nicht, 50 bis 100 Euro noch Aufpreis. Also bei 2.100. Und dann steht der wirklich komplett besser da als der andere für 3K. Das wird sich auch so schnell bei denen nicht ändern, bei Joule Performance. Also das ist bestimmt schon, boah, das dritte oder vierte Video, was ihr ja auch von mir verlangt, ist ja in den Videovorschlägen. Und es wird leider nicht besser. Die schneiden immer so ab. Und das ist auch meistens genau dieser Preisunterschied. Also es ist ganz, ganz krass. Und da rege ich mich manchmal auf, wenn ich dann bei, weiß ich nicht, Tubaro oder Systemtreff 200, 250 Euro Aufpreis habe. Das Ding hat einfach 1.000. Aber gut, lasst mir eure Meinung gerne mal in den Kommentaren. Ich lese sie auch immer alle durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mich noch nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis dahin, auf Wiedersehen.